Willkommen zurück zu TechIt! 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 Und zwar wieder ohne Cheaten. Wir haben gerade versucht, alle Sachen zu vernichten, die wir davor nicht hatten. Allerdings waren wir zu faul die Videos anzuschauen und haben deshalb vielleicht ein paar Items zu viel oder ein paar Items zu wenig. Weiß ich nicht. Ich habe gerade ein paar Items zu viel oder ein paar Items zu wenig. Vermutlich eher ein zu wenig. In deinem Fall, ja. Kann man aus Parties irgendwas machen, das mag Pfeilern. Und Chibos übrigens nicht dabei für die, die es nicht gemerkt haben. Deshalb konnten wir seine Items auch noch nicht vernichten. Für was habe ich hier eigentlich so viel Zuckerrohr angepflanzt? Ich habe übrigens auch seit der letzten Minecraft TechIt Aufnahme nicht mehr gespielt, also... Äh, wir werden ziemlich verbrannt. Ich glaube, dieses Teil hatten wir, bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Äh, genau. Dann baue ich mir dieses Teil nicht. Oder kann ich das bauen? Warte, wenn ich das bauen kann, dann hatte ich das wahrscheinlich doch nicht, oder? Oder vielleicht doch. Und du musst dann auch noch Chibos erklären, dass ich meine Kürbisse nicht klauen soll. So, und jetzt brauche ich noch... Ich habe gerade am Pflanz. Ich hatte bestimmt irgendwelche Schraubenzieher oder so, aber egal. Äh... Hatten wir echt noch keine... Ja, ein Überschallschraubenzieher, oder hatte ihn nur ich? Ne, den haben wir uns, glaube ich, erschienen. Da bin ich mir aber nicht sicher. Den hat er braucht man Pistons. Den behalte ich, den gebe ich nicht her. Genau das Problem war, dass wir keinen Redson hatten, aber... Redson haben wir gefunden, oder so. Ey, ein Landtintenfisch. Ist ja krass. Hier wird's Landtintenfisch. Haben wir noch Gummibaum, Seppling? Also nicht fertig, aber... Seppling, Seppling. Weißen die anders? Wo wir uns als Frage... Seppling... Ich sagte, Seppling und ich... Mal... Den war schon wahrscheinlich... Sepp... Seppling, von dem Wort Sepp. Ja, die hießen... Robbertree. Okay. Dann haben wir die wohl nicht. Ah, da ist so ein Teil... Mit Herpflister rausgeploppt. Rausgeploppt. Und ich habe die Vapiles irgendwie auch weggetan. Also jetzt ist hier nur noch da oben... Verwirrung. Verwirrung, was wollte ich tun? Was wolltest du tun? Weiß ich auch nicht. Ah, ich wollte dieses Ding aufbauen. Dazu brauchte ich Redstone. Dazu brauchte ich auch noch diese... Wiesen, die... Wieso? Die Idee war gut. Nur deine Arme waren leider zu kurz. Das waren die nicht. Äh... War das irgendwas mit Pipe? Mit Pipe? Mining Pipe? Nein. Ehh... Hat das eine Kontaktion Pipe? Nein. Da kann glaube ich keine Items durchfahren. Oder? Ich glaub es war Tew. Ich weiß es nicht... Ich weiß nicht mehr worum es gerade geht. Ah, Redzone-Type waren die Teile, oder? So brauchen wir Brass Ich weiß es nicht! Ja, ich rede auch nur gerade mit mir Als Lett-Player muss man das tun Lett-Player? Was ist Lett-Player? Lett-Player so gerne nicht Was ist ein Blue... Du weißt nicht zu belliger Weise, was ein Blue-Lect-Trick Ah, ich weiß was das ist Weißt du, dass es irgendwas blaues ist und das hat was mit Elektrizität zu tun? Es ist ein elektrischer... Äh... Erläufer, ne? Fensterheber Ich glaube es ist auch Fensterheber Äh... Bitte Hatten wir nicht schon ein paar von diesen Teilen, um das zu craften? War da nicht was? Das Problem habe ich vergessen zu cheaten Und ich werde ihn jetzt nicht cheaten Dafür habe ich glaube ich ein paar... Hat ich glaube ich dann ein paar Diamanten zu viel üblich, aber egal Obwohl ich glaube... Das ist echt nicht so wahr, aber egal Ich bin verwirrt Hm... Das ist eigentlich seit dem Update, wo man sieht, wenn man unter Lava ist Ja, der Vulkan... Vulkan... Ja, aber wenn man... Ja, da tropft doch dann die Lava durch Oder ist es hier noch nicht in der Version... Ich brauche Knochen... Ich brauche Knochen... Ich brauche Knochen... Was ist denn EMC haben eigentlich Kaktus? Keine Ahnung... Ich brauche Knochen... Oh, 8... Weißt du, ist eine Kaktusfarm? Naja, aber habe ich nicht vor... Ich glaube ich mache eine Kaktusfarm Eine Kaktusfarm... Wäre glaube ich gar nicht sooo... Uneffektiv um diese... Dann kommt zum Vulkan, das sind ein paar Ne, ich habe schon genug... Hier wo ich bin... Ich bin in der Wüste... Äh, beim Vulkan... Ist hier auch Lava? Ich weiß zwar nicht mehr, wieso ich hier bin... Und... Wieso, weshalb, warum... Und alles... Wieso ich keine Scheren habe... Und sonst... Ich hätte mal diesen Fehler gemacht... Ob ich den zu Lava... Äh, kein Lava-Leiter verbrennen... Oder funktioniert das immer noch das? Dann... Den aber aufhalten... Was Lava-Leiter verbrennen? Äh, du meinst dieses... Ja, oder kam mit... Du meinst dieses Mop-Falding? Ne, ich meine nur hier... Damit ich hier Lava als Beleuchtung habe... Näh... Näh... Näh, die Leiter hält... Jetzt habe ich so ein bisschen Lava-Beleuchtung... Ich darf nicht... Nur nicht zu weit nach oben machen... Äh, hast du zufälligerweise Lehm? Oder weißt du wo einer ist? Den suche ich hier gerade... Der ist meistens im Wasser, oder? Näh... Ich habe gerade hier nur eine Fackel verloren... Aber ich gehe Worte eigentlich on... Wo ist denn das nochmal? Ich hoffe, wenn ich in die Stücke gehst du... Keine Lava... Da ist... Ich glaube, das ist Leben, oder? Ja... Mein Haus ist eine Todesfalle... Näh... Überall ist Lava... Lauf die Lava... Wobst du in den Vulkan? Ja... Hm... Ja, dann kann das Nacht so tiefer sein... Kann, muss aber nicht... Flup... Und da war sie wieder die Lava... 52 Clay reicht niemals... Aber die kann ich hier... Ich brauche nämlich... Äh... Wie viel brauche ich eigentlich? Keine Ahnung... Aua... Warum bin ich nicht gestorben? Wunder mich jetzt gerade wirklich... Fuck yeah... Ich habe Eisen gefunden... Ich bin ganz oben... Ich habe Feuer gefunden und mich angezündet... Ich wollte nach Hause... Zurück ins Haus... Alter... Sind die Sound-Effekte immer schon so? Bei der Version auch schon so gewesen mit diesen... Wasserplatschen... Kann ich mich vielleicht irgendwie nicht mehr dran erinnern... Ist hier nicht eigentlich noch ein Sound-Mode mit drin? Achja, das kann sein... Stimmt, den habe ich sonst immer ausgeschalten, deshalb... Ich lasse den aber jetzt einfach mal an... Auch wenn der früher bei einer normalen Minecraft-Version... Also jetzt nicht Hackett immer dazu geführt hat, dass es bei mir abgekackt ist... Glaub ich, dass es daran lag... Und ich dachte, ich bin genau in der Mitte vom Vulkan... Aber... Ich bin hier mehr an der Seite und hier machen wir mal zu... Warum habe ich euch diese wertvolle Kiste mitgenommen? Warum habe ich bitte eine Kiste dabei, die... Fünf... ...Demanden oder sowas wert ist... Einfach mal dabei, wenn ich froh habe, wahrscheinlich zu sterben... Weil du einfach nur dämlich bist, so wie ich... Aber wie blödig... Wolle schon wieder die Lava gefallen, Ben! Ah! Du stirbst gleich! Ich will da unten zurück ins Haus, wo es sicher ist... ...und ich hinberrückt sterben... ...und ein Herz überlebt, das holen Witz, oder? Ein schlechter, aber ja, es ist immer noch ein Witz! Hier ist wieder ganz viel Maramoa... Und der Mini-Sturz gibt jetzt den Rest... Ne, irgendwie nicht, also... Du bist doch noch nicht tot... Ja, der hat mir jetzt auch mal... Der Effi kommt direkt unter dem Baum raus... Wie, ja, ich auf Peaceful, weil ich gerade keine Gegner sehe... ...auberne, dann würde ich glaube ich meine Huber nicht weggehen, oder? Hier ist ein Skelett, hier ist ein Skelett... Ich bin nicht auf Peaceful... Oh, warum kann man Fakkel nicht auf Eisblatt sehen? Hier ist noch Clay... Hier ist noch Clay... Wenn man raus ist, sind wir noch hundertprozentig Gegner sicher... Oh! Ah, da ist ein Skelett... Ah, da ist ein Skelett... Immer wieder schlau, den... ...ein Skelett von sich wegzuschubsen... Weil da hat der schweren Rückstoß... Kannst du mir mal helfen, bei meinem Haus? Eigentlich suche ich gerade noch Clay... Wozu brauchst du Clay? Mit wie... Wozu brauchst du Clay? So, warum Clay? Schöne Alloy-Fernis... Obwohl... Äh... Sagt mir nichts, ganz ehrlich... Ein Open, in dem man mehrere Sachen zusammen reintun kann... ...die dann zu einem Ding zusammengeschmolz werden... ...so vom Prinzip her... Das sieht abartig aus, was ich gerade baue... Es ist auch abartig, aber... Es schmeckt auch so... Aber es sind Frühstücksflex... Mit der Erfahrung, wo ist dir die Luft gegangen? Egal... Eis kann da nur noch wegsprengen... ...stört mich nicht unbedingt... Mit dem Creeper Eis weggesprengen... Obwohl, ich glaube, ich geh jetzt noch mal kurz zu dir... Du solltest dich nicht zu mir porten... Es kann sein, dass du bei dem Versuch drauf gehst... Ich werd mich jetzt auch nicht porten... Ich werd zu dem... Jetzt kannst du dich porten, jetzt ist grad sicher... Ich wollte zu dem Vulkan rennen, aber irgendwie hab ich ihn gerade... ...aus den Augen verloren... ...aus den Augen verloren...